Einig eine Anlage, das hat viele Vorteile, zum Beispiel geschäftlich, wie die Tiere miteinander, das können auch seine entgegen. Aber das gibt auch stärkere und schwächere, größere und kleinere. Und damit alle die Chance haben, da was abzubekommen, muss ich das möglichst weit auf der Anlage verteilen. Ja, die haben schon bemerkt, so ganz gewiss ist unsere Anlage, noch nicht, wir haben im Moment nur eine C-Ballspiel, die mit ihrem Hohl draus, muss ich alles geben was. Das liegt hier an der Miss Markel, das ist eine zweijährige Ellenartigloche, die wir aus dem vorgängsten Kirchen bekommen haben. Die ist seit ein paar Wochen hier, hat sich auch recht gut eingewöhnt. Ja, auch das Zusammenspiel mit den anderen hier, die läuft einfach.